Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Tomaten gehören zu den Gemüsesorten, die häufig im Gewächshaus angebaut werden. Sie lassen sich mit anderen Pflanzen kombinieren. Durch solch eine Mischkultur wird der Platz optimal ausgenutzt. Außerdem unterstützen die Pflanzen sich teilweise gegenseitig, wodurch ein besserer Wachstum und eine reichere Ernte gefördert wird. In diesem Video zeigen wir euch, welche Pflanze mit der Tomate ins Gewächshaus harmoniert und was ihr beachten solltet. Wir wünschen euch viel Spaß dabei! Generell gilt, dass Pflanzen mit den gleichen klimatischen Bedingungen zusammen ins Gewächshaus gepflanzt werden können. Das gilt auch für Tomaten und dessen Nachbarn. Kräuter Viele Kräuterpflanzen sind ideal für eine Mischkultur mit Tomaten. Im Gegensatz zu Tomaten sind sie Schwachzehrer und benötigen nur wenig Nährstoffe. So konkurrieren sie nicht mit den Tomatenpflanzen. Das Basilikum etwa bleibt recht klein und harmonisiert sowohl beim Essen als auch im Beet mit den Tomaten. Zudem hält es Blattläuse fern. Petersilie kann direkt neben die Tomate gesetzt werden. Sie ist eine gute Barriere für Nacktschnecken. Salate. Auch Salate benötigen nur wenige Nährstoffe. Zudem helfen sie durch ihre Fläche und breite Struktur die Feuchtigkeit im Boden zu halten, wodurch weniger gegossen werden muss. Lauch. Sämtliche Lauchsorten wie Knoblauch, Schnittlauch und Zwiebeln können zur Tomate ins Gewächshaus gepflanzt werden. Der Lauch hält unter anderem weiße Fliegen und Nacktschnecken fern. Paprika. Wie die Tomate gehört die Paprika zu den Nachtschattengewächsen und wächst unter ähnlichen klimatischen Bedingungen. Sie können somit zusammen ins Gewächshaus gepflanzt werden, sollte aber den nötigen Abstand haben, damit beide genügend Nährstoffe und Licht erhalten. Gurke. Ob die Gurke mit der Tomate zusammen in ein Gewächshaus darf, ist bestritten. Möchtest du es dennoch ausprobieren, sollte die Gurke in der hinteren Ecke stehen, wo die Luftfeuchtigkeit höher ist. Die Tomate fühlt sich in der Nähe von Tür und Fenster wohl. Der Luftzug sorgt dafür, dass die Blätter gut abtrocknen können. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lass uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Falls du eher ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schau gerne auf unserem Gartenmagazin unter www.gartenzeile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.